Mystery! Was machst du eigentlich, wenn du abends mit deinen Freunden zulagern PCS und Minecraft spielst? Na gut, ne, ähm... Radio Gaga! Radio Bubu! Oh, wer hier ist! Radio Gaga! Radio Gaga! In der Games spielen! Richtig geil! In der Games ist richtig... Richtig geil! Einfach den fetten Chinesen da mit dem... Nee, was war das für Chinesen? Oh, wow! Kennst du den? Das ist ein Typ, der sagt so, oh, wow! Der so ins Bild reinkommt, sagt so, oh, wow! Und dann zwinkert der... Und dann zwinkert der noch so komisch, also, das ist ein richtig komischer Typ! Ich fahr' mich eigentlich eine Sache! Wenn ich jetzt mit anderen Spielern das spielen würde, ich würde das Kind Chameleon nehmen, wer hat ein Schaf, könnte dann jemand mit roten Farben ankommen und mich färten? Das sind die Fragen, die dich beschäftigen, weißt du, dass du irgendwann mal nicht einschlafen kannst, ne? Diese Fragen halten dich nass wach! Kann ich nicht als Schaf bei Ende der Games finden, rot gefärmt werden? Würde mich sehr interessieren, danke! Ich freue mich jetzt schon über eine Antwort und du spackst so richtig ab als Schaf! Ich fahr' mich wirklich, wenn ich jetzt ein Schaf färbe! Selbst die Endertrone spackst du ab, was ist los mit dir? Oh Gott! Jetzt sind da zwei! Die wackeln nicht, die tanzen einfach! Nein, hör' auf! Nein, hör' auf! Ich bin ein Schaf! Mäh! Die tanzen einfach, die Endertrone bei mir! Nein! Geh' weg! Der hat ein Schwert! Der hat ein Schaf! Der hat ein Schwert! Warte! Alle wollen mein schönes Fan haben! Wenn ich sterbe trinkt, einfach ein Ei, ähm ein Wolle dropp einfach, weil ich vorher ein Schaf gezählt habe und alles ist das nicht, das war ja wirklich ein Schaf! Es geht alle nur um das eine, ne? Ich fahr'… Nein! So ein Schaf, was du wegrennt, im Wasser, und dann noch so hüpft und so! Das ist super unauffällig! Nein, der Bogen! Verpiss dich! Nein! Nein! Mach's weg! Mach's weg! Mach's weg! weg. Ja. Das ist ganz andere. Das sieht so komisch aus dem Schafen weg. Oh. Du bist mit ihm getauscht. Nein. Er kommt doch ins Lockau. Er ist ganz nur bei dir. Er spürt schon dein flauschiges Fell, Alter. Achtung, renn, renn, renn. Ich wünschte, ich war so einfach. Du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Deine Wolle saugt sich ja voll mit Wasser und ist einfach so ein richtig schweres, fettes Schaf und dann will sie wegrennen. Nein. Oh, der hat echt einen superschönen Ski. Richtig geilen Ski. KUKI! 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 Das ist Minecraft, oder? Nein! Oh, ich habe einen Schnelligkeitstrang. Ich habe gewonnen, habe gewonnen. Hallo, hallo. Hagen, Hagen. Hey, hey, hey. Ich habe gewonnen. Ich habe einen Schnelligkeitstrang, Junge. Jetzt. Jetzt werde ich alle abziehen. Pass auf, pass auf. Okay, davon ist eine Ender-Truhe. Pass auf, siehst du sie, siehst du sie nicht. Du bist nicht bei mir, aber was? Zack, zack, zack. Alles rausgeportet. Zack. Ender-Perlen. Was mache ich mit diesen Ender-Perlen? Ich nutze sie natürlich effizient. Werf die weg. Pass auf, pass auf, pass auf. Moment, ich lande gleich Moment, da ist eine Truhe, da hätte ich gerne hingekommen. Oh. Okay, da sind die nächsten Truhen. Pass auf, pass auf, pass auf. Und dir, so gewinnt man in Ender-Games. Danke. Patente auf Markt. Ist ja ein Tausend. Danke. How to gewinne Survival-Games ohne Survival. Und ohne Games. Und ohne Fun. Das macht man gar keinen Fun. Das ist nicht witzig, aber funny. Aaaaah. Das ist die beschissenste Werbung, wo ich gehe. Das ist nicht beschissen, aber funny. Nein. Das... Ich finde das nicht witzig, aber funny. Von der Funny-Fisch-Werbung. Ist das wirklich Werbung? Ja. Oh Gott, wie traurig. Wo das Auto gegen so eine ganze Lasten von Chips eintauscht. Das ist nicht witzig, aber funny. Wo ist mein Auto? Weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, aber hier ist funny-Fisch. Ich finde das nicht witzig, aber funny. Ah. Der war richtig schlecht gewesen, tut mir leid. Da kam einfach so ein Typ dazu. Ich finde, es tut einfach Leute mit zehn Schadenstrecken ab, wo ich dann denke, nö, leck mich. Der Typ gehört mir zugelaufen mit seinen harten Eisenschwerten. Er hat mir so, pff, leck mich. Ganz ehrlich, leck mich. Nö, komm. Es ist so unnötig, Schnelligkeitstrang zu benutzen, wenn ich schnell genug bin, um langsam zu laufen. Was? Was hast du gerade gelaufen? Hey, du bist auch nicht unnötig. Der Typ ist gerade durchs Wasser geschwommen, um auf mich zuzukommen, okay? Ich bin mit Schnelligkeitstrang außen rumgelaufen, jetzt stehe ich hinter dem anderen Ufer. Gibt es jetzt vom anderen Ufer, oder was tut mir das jetzt damit ab? Ich merke mich, dass es dabei auf A steht. Ganz langsam läuft sie dann ein bisschen weiter nach rechts. Weißt du, was dann passiert ist? Jo, das ist ein Teamer! Genau! Seit wann teamen denn die Leute? Teamen wir nicht, wenn wir uns zählen würden. Aber ich gehe doch nicht zu zweit auf jemanden drauf, also komm, wir gehen doch nicht zu zweit auf einen drauf, also komm. Ich mein, wie Loobig muss man da sein? Das muss man nicht zweimal sagen. Wie Loobig muss man da sein, Alter. Ja, jetzt holst du Bogen raus, komm hier, zack, Bogen, zack, bam, guck mal, so spielt man mit dem Bogen. Ja, genau so. Weiß, er kommt so mit dem Bogen raus, ich schieß den einmal ab, spiel ich da auch einfach um, weißt du? So. Markus? Ja. Errat mal, er jetzt sicherlichkeitstrang hat. Ich. Ich. Werfbaren. Ich. Hast du nicht gesagt. Dann schenkst du mir natürlich, ne, wenn wir uns sehen, hast du gemeint. Oh, da kommt der nächste Gegner. Oh, 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 oh. Ja, ich überlebt es, ich bin tot. Oh, jetzt bin ich schon. Oh, der wurde weggebt. Oh nein, ich stimmt, da ist die sind ja unsichtbar als neuesten. Oh, ja, ich weiß auch, als ich richtig funny war. Damals. Also funny, wehen frisch. Oder so. Unruhige Wasser sind flach und sauber. Okay, da willst du wissen, da willst du wissen, der Typ. Da willst du wissen. Okay, er will. Amanakayum. Was? Amanakayum. Ja. Chile. Merk dir bitte eins. Ja. Amanakayum. Okay, ich merk mir das. Schnürsenkel. Was? Schnürsenk? Schnürsenkel IP. Ach, der Kollege, den kenn ich. Oh, no, no, no. No, 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 no. Oh Gott, was darfst du denn? Mennat sucht die historie. Hagen, hagen, hagen. Hä, hagen. Ja. Hast du eine Lebensweise natürlich? Ja. Okay, zehn. Egal wie neu du bist. Manuel ist neuer. Ah, okay. Okay, hier. Vielleicht ist man als Auto gar nicht im Alt, sondern neu. Und vielleicht fahr ich gar nicht Automatik, sondern manuell. Oh Mann. Das nennt manuell. Okay. Vielleicht ist mein Auto gar nicht, ähm, vielleicht fahr ich gar nicht Automatik, sondern manuell. Und es ist gar nicht alt, sondern neu. Naja. Oh, das ist ja ne gute Rüstung. Egal wie Fisch du bist, Helene ist Fischer. Ja. Okay, der kommt. Der war scheiße, das musst du aber auch nicht erwarten. Nein, ich bin tot. Okay, du willst einen richtig guten hören. Ja. Sitzen zwei Irrer auf den Gleisen der Deutschen Bahn. Ja. 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 Ja.